Wir stellen fest, dass wir immer dieses und so weiter am Ende von Videos automatistisch, unbewusst dran hängseln. Das bedeutet eigentlich nicht und so weiter, sondern es bedeutet eigentlich sowas wie das NOI. Das ist ja immer das Gleiche. Das geht immer so weiter auf die immer gleiche Art oder wie Marlina gesagt haben würde. Immer willst du nur das Gleiche, immer nur das Gleiche willst du von mir. Und der Vater sagt, ja, her mit dem Gleichen, immer nur her mit dem Gleichen.